moin moin leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer folge von minecraft mercury die letzte folge war ja erklärungsvideo ja und jetzt spielen wir ja ganz normal mercury gut ich habe jetzt gerade mal nicht gefahren deshalb habe ich jetzt auch gerade nichts groß vor ich nehme jetzt auch eine folge auf als trinkt weil der sonntag und die muss jetzt übernacht hochladen die folge ja ein klein bisschen ich weiß nicht so ganz genau warum naja ich hatte vor ein bisschen mit zeug um zu experimentieren und zwar ich brauche jetzt mal das terras deal ich möchte mal einmal ganz kurz living woods mal einmal das googelt echt ganz schön also kann vielleicht daran liegen diese folge ist jetzt einfach mal so alter wo klar ok ich werde mal ganz kurz einmal living wood herstellen dann kann ich auch mal ganz kurz was essen ich sehe gerade wir haben ja das fenster noch offen könnte ich auch als ausgang mal nutzen so äh wir brauchen essen 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 ist hier beziehungsweise ich könnte mal so zum naschen danke gut dann essen wir mal ok so dann hätten wir das geschafft dann müssen wir jetzt auch mal langsam die pure daisy fertig sein samana polio der macht mich irgendwie verrückt tatsächlich jetzt an mir oder komplett übel sind mal oder haben wir ein bisschen pflicht gerade was das körper angeht na gut das zeug ist fertig so dann wir haben ja noch 4 terras deal genau so ist richtig dann mache ich jetzt mal ganz kurz mal so haben wir so ein living wood trick und dann machen wir so und dann haben wir ein terrablades das was sebi hat mit dem er mich immer abballert das hätte ich gerne auch mal das kommt nicht in den ersten zwischern sondern hier rein gut und dann machen wir mal einen manaspeicher und das ist gerade total falsch was ich mache weil 1,3,4,7,8 war ich gerade so aus zum glück ähm so und das war ein ding nicht so warte wir gegen ein hana tablet noch mal manaspeicher war das nicht so ah nee ah ok warte mal ich glaube ich brauche noch mal ganz kurz etwas living stone das brauchen wir wohl wirklich das brauchen wir wohl wirklich living stone wird gewünscht, living stone kommt warte mal warte mal so aber lipidu Abfall saarl ja ha ja r bo Oh, ich bräuchte mal ein paar Themen zum Erzählen in den Folgen, wenn was zum Warten ist. Ah, sehr gut, Libby Stone kommt, gut, dann, äh, Cracker das mal. Was ich vorhabe, so, ja genau, Band of Mana, daraus machen wir jetzt mal ein, äh, Cracker Band of Mana, genau, und die dürfen wir jetzt ein bisschen mit Mana füllen, das ist nämlich das, was ich jetzt vorhabe, damit wir auch schön Mana dabei haben, genug, so, das ist dann natürlich wieder sehr Mana kosten, aber was soll's, kann man mal das bis morgen, wenn ich nächste Folge aufnehme, die Mana-Puls wieder voll sind. aber müsste, brauche ich mal Obst, warte, ich will mir das noch so machen, dass sich das beruf, jetzt ne unter Crazy-Man, ich will das nicht, ja, warte, du bist ja, warte, war ich weiter, wow, 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 wie du in dir? Die Augen, die Augen zu Dir, die Augen zu Dir, ich will die Augen zu Dir, ich will das noch sind, aber, blöder, wenn ich da, was ich seks, was ich vielleicht, was ich habe, die Augen zu Dir, wenn sie in der Handel, woher, was ich jetzt noch nicht, oder? Ich glaube wir könnten dann auch bald bald eine Terra-Stil-Rüchtung machen. Terra-Stil, Helmut, okay, 3, 6, 9, dann wollen wir auch nochmal 12 Terra-Stil immerhin, also gut. Wir können das jetzt mal hier nochmal reinpacken und da, dass wir die Ringe auch mal vollkriegen. Hä, achso, das ist eingesammelt. Oh, ich muss nochmal draufkriegen hier, was soll denn das? Mann, oh Mann, oh Mann. Nimmt er? Ne, nimmt er immer noch nicht. Ey, komm schon. Nein. wir wollen das ja hier füllen lassen, ok wie sieht es hier aus, ah da kam auch schon mal wieder eine mana pure zurück, kann ich die natura pylon wieder hinschnellen, da kommt wieder einer, so kann man aus der ferne auch schön bisschen jagen gehen, aber das ein enderman, wir haben ja immer noch ein enderman, kann man damit auch die enderman also man kann es auch als ferne gehen, sehr schön, so warte, da ist noch ein enderman, da kommt du, hallo, auch nicht, stoppt und da ist noch ein enderman, oder gerade ruhig, ok wir haben hatten gerade Pech, alles klar, ja ich habe mich gerade auf diese Folge überhaupt nicht vorbereitet, weil ich eigentlich gerade hoffe, dass, also diese Folge eigentlich gerade, versuche recht schnell Pech zu kriegen, dass ich sie rennen kann, oh fast voll, so die Ringe, können dann by the way auch, oh der ist sogar voll, sehr schön, also wir haben fast zwei volle Ringe hier, also wir finden da noch kaum noch was, also, oder füllen diese hier gerade, nope, so, naja, ok, gut, hätten wir das jetzt auch, ja ich würde jetzt ein bisschen mal langsam mit Magical Crocs anfangen, weil das wäre ein bisschen das nächste Ziel, beziehungsweise, ich könnte mal wieder ein bisschen Achievements abhaken, was haben wir denn so, was Botania angeht, jetzt mal geschafft, muss ich mal ganz kurz gucken, der Magier, ein Mana Steel, eine Mana Perl, eine Magia hier haben wir gemacht, Velterra Steel hier haben wir gemacht, Elvenportal haben wir gemacht, die Katalysten können wir machen, alle Runen, stelle eine Daybloom, eine Nightshade hier haben wir gemacht, stelle anderen, das haben wir nicht, scharfe Pinkwella, alles klar, und das ist schon, Found Crap, na gut, na gut, machen wir mal noch ein paar Mock Globs, das hier alles rein, äh, Crap und so, so, haben wir noch ein paar Runen, na sowas aber auch, ähm, Minifu kommt, hier unten, ja wir haben noch tatsächlich ein bisschen Minifu kommt, wo man arbeiten kann, ja ich würde jetzt nämlich sagen, dass wir mal ein paar Felder anlegen, und das mache ich auch mal so spontan, so, Iron Hope, aber bevor ich da gucke, gucke ich mal ganz kurz nach dem Jetpack, okay, ist noch nicht leer, gucke ich mal ganz kurz nach dem Ring, das war das, dann vielleicht mal, hinbekommen, ach ne, okay, ich habe das Ding mitgenommen, so, ist ja kaum einer hier, na sowas, na gut, äh, warte, so, so, kann man natürlich jetzt auch Mops besiegen, ganz nice, den Endermain hole ich mir mal, ja, schon getroffen, Endermain, Endermain, sehr gut, Endermäde, ja, damit macht Mops krebschen doch schon Spaß, das nämlich, so, das Ganze als Frenkampfwaffe zu nutzen ist, quasi fast schon wie Hex, irgendwie, lustig, irgendwie, na egal, mh, warte, ne, die Enderperle, safen wir gleich mal, wir brauchen nämlich, müssen wir einfach diesen Enderseat machen, dass wir, leichter an Enderperlen kommen, so, guck mal auf, Charotte kommt mal hier hin, genau, ich, 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 naja, was, äh, ich, Enderseatz haben wir, vier Stück, die sollte ich mal ein bisschen, äh, vermehren, dafür macht ihr am besten einfach gleich mal eine Watering Can, und wenn das machen wir jetzt einfach mal, äh, Watering Can, und zwar eine normale, äh, brauchen wir nur eine Schüssel, oder hab ich die schon, weiß ich jetzt gar nicht, Craft, hier ist auch nichts, hier kriegt es leer noch, äh, anscheinend nicht, ich nehme mal ganz kurz eine Schüssel, vier Steine, dieser richtig einfach, äh, 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 ich hab doch bestimmt schon eine Watering Can gemacht, ich weiß noch ganz genau, dass ich die gemacht hab, warte mal, die ist nur irgendwie weg, alles klar, also bin ich mir eigentlich sicher, da fällt mir grad ein, apropos Watering Can, weil ich hab eher genutzt, um die Neverwatsen, ein bisschen zu züchten, fällt mir grad ein, die müssten auch schon mal langsam wieder reif sein, hier, das war mal ein bisschen, vermehren können, ja, so sieben Stück hab ich dann jetzt, das können wir so machen, so, okay, gut, dann würde ich mal sagen, müssten wir mal ein kleines Seitenfeld machen, weil hier mit diesen vier Seeds, da kommt man ja überhaupt nicht mehr zurecht, ja, schlimm ist das, ähm, muss ich mal ganz kurz gucken, wo könnte man denn Felder machen, ähm, gute Frage, vielleicht, da hinten irgendwie, kann das hier so ein bisschen nutzen, oder, mh, warte mal, war da hinten halt, ja, das ist noch nicht voll, das ist schon, blamabel irgendwie, da eigentlich mehr davon, erhofft, erhofft, warte mal, ich werde einfach mal, jetzt mal zwei Felder anlegen, indem wir jetzt mal, ein bisschen, die Erde wegmachen, und nimmer schreiben, DO, so, 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 gleich mal auf 1, f7 gucken. Okay, gut. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, machen wir so. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, hier können wir jetzt ohne Probleme zwei Felder machen. Und dann gehe ich mal ganz kurz mein Jetpack aufladen. So, pass mal auf. Dupi, 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 dupi. Währenddessen können wir schon mal zwei Mal Wasser holen. Das geht ja ganz schnell. Zack und zack. Und dann befüllen wir einfach mal das Zeug. Und dann wird es so weit mal wieder füllen. Ich würde jetzt gerne die Folge noch fertig kriegen. Falls es geht. Ja, es ist jetzt keine so krass fortschrittliche Folge. Aber was soll's. Aber wir wollen halt langsam mit Magical Crops anfangen, dass wir mal in der Man's Seeds oder so machen können. So. Warte. Zack, zack. Und dann machen wir hier noch so. Zack. Und zack. Dann machen wir das mal voll. So. Und hier auch noch. Voll. Und dann ist das hier gefüllt. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen Gas noch weg hier. Und die Britannia Blumen. Können dann auch nochmal weg. Fackeln weg. Wir wollen ja jetzt ein bisschen das Feld aufbauen. So, 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 so. So, 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 so. Aber ich werde die brauchen. Was? War's das schon? Lol. Wie wenig, äh, hält die aus? ETF, Alter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, haben wir vielleicht noch eine Hacke über, Jo, haben wir noch und dann mache ich noch mal, also nicht so wenig auszählt, das war jetzt komplett unerwartet. BTF, Alter, BTF. So, dann gehen wir wieder rüber. So, dann machen wir das andere vielleicht noch. So, dann leuchten wir noch ein bisschen aus, kommt hier eine Fackel hin, da hinten kommt noch eine Fackel, da kommt keine Fackel, okay. Gut, dann pflanzen wir noch ein bisschen die Siegs mal schnell, zack, 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 zack. Und die werden wir dann hochzüchten. Ich kann auch ganz kurz wirkungsweise der Watering Can zeigen. Man sieht halt, alles im Radius von 3x3 Blöcken wächst halt jetzt ein bisschen schneller. Natürlich dauert es trotzdem immer noch ein bisschen. Wachst mal ganz kurz aus. Man sieht, wie schnell die jetzt wachsen. Einfach nur ein bisschen stehen, das kann man auch gut in der Farmzeit machen tatsächlich. Äh, ja. Na. Du bist fertig, oder? Du, 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 du. Dann verkaufen wir gleich wieder zu Seeds und dann haben wir drei weitere Seeds. Und so werde ich die jetzt ein bisschen vervielfältigen. Kriegen wir den auch noch durch? Obwohl die Folge ist eigentlich so gut wie rum jetzt, oder? Ah, hier machen wir noch durch, siehst du? Können wir auch noch mal zu Seeds verkraften. Alles klar. Gut. Das war es jetzt erstmal für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.